Was? Prison macht schon wieder ein Video für den Anonymous Clan? Und X-Knopf. Hey Leute, Prison ist back auf YouTube und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf dem Anonymous Clan Channel. Und im Hintergrund seht ihr heute die World First schnellste Nuklear in Black Ops 3, Jungs, von Grizzly erspielt auf Nuketown. Was denn sonst mit der VMP? Wirkt ja ein richtig geiles Gameplay, kann man sich auf jeden Fall geben, Jungs. Und bitte haut dem Typen die Abos rein, der ist in der Beschreibung verlinkt, das ist nicht mehr normal, was er da für ein Gameplay abgeliefert hat. Das ist so unglaublich. In ganzen 79 Sekunden haut der da die Nuklear auf den Tisch nicht mehr normal, wie er den Spawn rasiert hat, wie er die Gegner gefickt hat, das ist nicht mehr normal. Also wenn ich ehrlich bin, in 79 Sekunden bin ich gerade mal zur B-Flagge gerusht, also ohne Scheiß, so ein geiles Gameplay. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung für das Gameplay da und dann würde ich sagen, kommen wir auch zu dem Thema und das Thema ist ganz schnell heute, wegen dem kurzen Gameplay. Und zwar habt ihr glaube ich schon mitbekommen, dass von heute 19 Uhr bis Montag 19 Uhr doppeltes XP-Wochenende ist in Black Ops 3. Und ich habe ja kein Black Ops 3, das heißt, ich kann zugucken, wie alle schon Prestigemaster sind. Und wenn ich dann zu Weihnachten Black Ops 3 habe und dann zocke, dann erst Level 1 bin und dann richtig durchgefickt werde. Also wie gesagt, WTXP-Wochenende, viel Spaß Jungs beim Zocken und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, lasst eine Bewertung da, ciao.